Hi Leute! Heute geht es um drei Punkte, die du unbedingt wissen solltest, wenn du dein Körper wirklich ganzheitlich reinigen, entgiften möchtest, wenn du wirklich stetig mehr Gesundheit, mehr Energie, mehr Ausgeglichenheit aufbauen möchtest und das Ganze trotz Arbeit, trotz Selbstständigkeit, Unternehmertum oder was auch immer. Also drei Punkte, die heutzutage gerade mit diesem ganzen Reinigungsprozess, ja, was da natürlich dann psychisch, emotional mit dran hängt, ja, wie der ganze ganzheitliche Prozess wirklich abläuft. Habe ich andere Videos dazu gemacht, schau dir die am besten nochmal hier auf dem Kanal an. Aber mit diesem ganzen Reinigungsprozess, der nimmt sehr viel Zeit in Anspruch und es ist häufig sehr schwierig möglich, sich ausreichend darum zu kümmern in unserer Welt heutzutage und wenn man dann arbeitstechnisch natürlich gebunden ist, das heißt, dass man irgendwie in sozialen Berufen unterwegs ist, da ständig Kontakt mit anderen Menschen hat, was auch, ja, sehr erfüllend sein kann, aber natürlich auch sehr viel Energie kostet und je nachdem, gerade in was für Phasen man da emotional ist und dann aber auch, wenn man zum Beispiel den ganzen Tag am Schreibtisch rockt, den ganzen Tag in einem geschlossenen Raum, auch vielleicht mit noch anderen Leuten viel Strahlung abbekommt, Elektrik und so weiter und dann natürlich auch noch, ja, WLAN, Funkstrahlen und die ganzen Geschichten. Was kann man da am besten machen? So, also als erstes Mal ist es oft möglich, natürlich auch ein bisschen Homeoffice zwischendrin zu machen, aber man sollte natürlich auch den Alltag sich so gestalten, gerade wenn man viel arbeitet, dass man diese Prozesse gut machen kann. Der erste Punkt ist wichtig, dass man erstmal Stabilität aufbaut, dass man sich Routinen aneignet, dass man nicht da irgendwie aufsteht und dann irgendwie verpennt ins Auto steigt und zur Arbeit fährt, sondern dass man am besten morgens, wenn man aufsteht, erstmal jedes Gelenk einmal bewegen. So, kostet nicht viel Zeit. Ja, einmal kurz ein paar Atemübungen, ein bisschen Körperübungen machen. So, das kostet dich maximal eine halbe Stunde. Das ist ausreichend, um da zumindest klar wach zu sein, Kreislauf in Schwung zu bringen, um das ganze System erst mal wieder, ja, in Schwung zu bringen. Und dann kannst du es eben so machen. Schau, dass du deinen Arbeitsweg verbindest mit was nützlich und dass du dich dabei entspannst, dass du auf der Arbeit entspannt bist. Immer mehr in diese Ruhe kommst, in diese Vogelperspektive, wozu dir natürlich auch diese Routinen helfen. Du kannst aber auch zwischendrin Atemübungen machen, fällt auch keinem auf oder du setzt dir sogenannte Glocken der Achtsamkeit. Kannst zwischendrin mal, wenn du einen Wasserhahn aufmachst, sei es jetzt in der Küche oder im Büro oder einfach auf der Toilette, kannst du dir vorstellen, wo dieses Wasser herkommt. Wie dieses Wasser vielleicht noch von irgendeinem Berg geflossen ist, über Leitungen, über Kilometer in dein Haus gebracht wurde und jetzt machst du mit einem Griff diesen Hahn auf und hast dieses Wasser. Und diese Dankbarkeit, wo du dadurch in deinen Alltag bringst oder auch wenn du dann isst in der Mittagspause, diese Dankbarkeit ist unglaublich wichtig, da mit in diesen Alltag reinzubringen. Also das ist schon mal ein wichtiger Punkt. Und der zweite Punkt, um da auch einfach mehr Zeit zu sparen, dass du gesunde Sachen immer im Haus hast. Wirklich gesunde, ja zum Beispiel einfach Trockenfrüchte, Nüsse und so weiter, anstatt irgendwelche Gummibärchen mit E-Noman und sonst was reinzuziehen. Einfach eine gesunde Alternative. Ich habe da ein kostenloses PDF zum Beispiel auf meiner Webseite und kostenlosen Downloads, findest du auch unten drunter in der Videobeschreibung. Und das kannst du zum Beispiel auch machen, dass du da Schritt für Schritt deine Lebensmittel ersetzt. Ganz einfach, ganz simpel, so eine goldene Regel, immer natürlicher und unverarbeiteter zu essen, wenn du dich daran hältst über die nächsten Jahre und da einfach nur Schritt für Schritt ein Lebensmittel alle paar Wochen austauscht, dann ist es top so. Dann bist du automatisch irgendwann über die nächsten Jahre bei einer optimalen Ernährung, ohne dass es für dich eine großartige Anstrengung ist. Ganz automatisch, weil du nicht alles auf einmal machst und dann ja wieder diesen Jojo-Effekt hast. Also das ist ein großer Punkt und dann ist es halt oft schwierig mit dem Reinigungsprozess. Lest dir da unbedingt mal die die Schriften einmal von Arnold Ehre durch zum Beispiel. Das ist ein guter Einstieg, um da diesen ganzen Entgiftungsprozess ein bisschen besser zu verstehen. Aber es ist wichtig dabei zu verstehen, dass man ja, gerade wenn man die Ernährung umstellt, man macht es zu heftig und wenn du dann, ja, am Anfang geht es dir noch top. Das ist immer das Heimtückische manchmal, aber über längere Zeit wird es dann ein bisschen kritischer. Dann kommen alte Reinigungen, die auftauchen, dass der Körper auch tiefere Sachen regenerieren möchte. Dann bleibt es nicht mehr auch in der Oberfläche, sondern geht halt ans Gewebe, an die Organe und so weiter. Und dann ist es halt notwendig, dass du die Stabilität hast, weißt, wie du diesen Entgiftungsprozess regulieren und steuern kannst. Dazu gibt es eben noch mehr Videos einfach hier auf dem Kanal. Oder wenn du die Abkürzung nehmen möchtest, dann nennen wir einfach kostloses Erstgespräch. Dann schauen wir, ja, wie wir dir in deiner Situation individuell wirklich helfen können. Und das ist eben der Punkt. Du musst wissen, wie du die Entgiftung regulieren kannst. Du musst diese Stabilität aufbauen und die Zeit eben gezielt richtig nutzen, gut einteilen. Ja, das sind die wichtigsten Punkte. Nur ganz kurz und knapp. Und ich hoffe, die helfen dir weiter. Wenn du noch weitere Fragen dazu hast, dann kommentiere unbedingt unter das Video, wenn dir es weiter geholfen hat. Dann teile es unbedingt, dass es mehr mitbekommen, die sich auf diesem Weg befinden, die ja auch diese Schritte gemacht haben, damit die Leute auch immer mehr das Ganze, die Stabilität dabei wirklich aufbauen können. Und ja, die Welt zu einem schöneren Ort wird, wo man wieder ganz ruhig aufatmen kann. Und ja, wenn man wieder mehr in die Natur rausgeht, die Welt entdeckt. Dementsprechend Teil dieses Video, lass es die Leute wissen. Und dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag und mach's gut. Bis dann. Ciao. Ciao.